Hallo, ich bin die Kathi, Make-up-Artistin und ich schminke heute die Lucy. Hallo! Ich schminke heute bei der Lucy ein ganz einfaches Smokey Eye, was super schnell geht und was die Lucy bestimmt auch nachschminken kann. Ich trage bei der Lucy jetzt als allererstes einen Primer auf, aufs bewegliche Lid. Ganz einfach, damit sich später nichts in die Lidfalte ablegt. Ich trage jetzt einen Creme Lidschatten auf, einfach aufs bewegliche Lid. Muss auch gar nicht zu sauber sein, weil ich mir das Ganze gleich schön verblenden werde. Beim Smokey Eye ist es einfach super super wichtig, dass man ganz viel blendet, dann auch mal den Pinsel wechselt und wieder einen sauberen Pinsel nimmt. Jetzt gehe ich nur noch mit einem dunklen Lidschatten am Wimpernkranz entlang. Man könnte jetzt noch, um das Ganze zu intensivieren, am unteren Wimpernkranz auch noch entlang gehen. Super! Also ich sehe jetzt schon, dass du auf deiner Seite ein bisschen zu weit nach oben gegangen bist. Einfach aufpassen beim Verblenden, dass man nicht zu sehr an die Augenbraue drankommt. Also wirklich vom Ansatz in die Spitzen, dass du wirklich das Produkt so nah wie möglich an den Ansatz bekommst. Sehr schön! Voll die langen Wimpern. Man sieht vor allem den Unterschied zwischen getuschten Wimpern und nicht getuschten Wimpern, was das nochmal ausmacht.